Der Headspin ist seine Spezialität. Max und seine Truppe sind die Lokalmatadure bei der Deutschen Breakdance-Meisterschaft in Magdeburg. Das große Ziel, die Quali zur Europameisterschaft. Dafür geben sie alles. Laue Flecken am Rücken ist ganz normal. Wenn man die Tricks noch nicht richtig ausführen kann und dann auf den harten Boden macht, ist das normal. Beim anschließenden Battle geht's ums Ganze. Die sind gut, die sind gut, also aufpassen. Die Besten kämpfen gegeneinander. Airchair, Turtle, Topspin. Es geht um Kraft, Akrobatik und natürlich um eine möglichst coole Show. Breakdance ist moderner und cooler denn je, würde ich sagen. Es wird immer jünger von dem Publikum her, von den Zuschauern her, von den Tänzern her. Es geht ab 6 los und die machen jetzt schon in dem Alter so eine Party super. Die 150 Teilnehmer aus ganz Deutschland treten in 3 Gruppen an. Kinder, Junioren, Erwachsene. Senioren gibt es übrigens auch beim Breakdance. Das sind alle ab, Achtung, 35. Kein Wunder bei den Anforderungen. Wir bewerten 3 Parts. Wir reden von Powermoves, Footwork und Styles. Das eine ist Tanzen quasi im Stehen. Das eine sind diese schnellen Sachen mit den Füßen, wo die sich auf den Boden drehen. Und Powermoves ist Artistik. Wir würden gerne, dass von allem was dabei ist. Und von allem am meisten dabei ist, bei diesen Jungs. Die 4 kommen aus Serbien. Zum Breakdancen sind sie über ein ehrenamtliches Flüchtlingsprojekt gekommen. Ihr Sieg bei den Junioren, er bedeutet viel mehr, als nur beste Breakdance-Gruppe zu sein. Und das machen wir immer weiter bis zum Battle of the Air. Und da werden wir auch noch gewinnen. Max und seine Crew schaffen es auf den dritten Platz und sind trotz aller Coolness happy. Denn die Quali zur Europameisterschaft haben sie damit in der Tasche. Im Juni geht's ab nach Polen. Im Juni geht's ab nach Polen.